Welcome back, liebe Leute! Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über meine Anleitung zum Thema Model werden. So, wenn du da draußen jetzt auch überlegst oder Model werden möchtest und hast du überlegst, hey, ich habe den Traum, Model zu werden, kann ich das schaffen, kann ich das nicht schaffen, dann solltest du dir dieses Video von Anfang bis Ende ganz genau anschauen und natürlich auch zuhören. So, Leute, mein nächstes Shooting steht jetzt in zwei Tagen wieder an. Ich bin wieder bei Hugo Boss im Metzingen im Headquarter, da freue ich mich schon wieder drauf und ich war in der letzten Zeit natürlich echt viel unterwegs für Hugo Boss und ich habe unfassbar viele Nachrichten bekommen auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook und auch E-Mails und immer mit der Frage, hey Daniel, ich möchte Model werden, bin aber noch relativ jung, was soll ich machen? Oder vielleicht, ich bin auch schon ein bisschen älter, habe noch keine Erfahrung, wie kann ich am besten vorgehen? Und aus diesem Video, aus dem Grund gibt es jetzt dieses Video, denn ich kann leider nicht alle eure Fragen beantworten. So, und aus dem Grund habe ich mir jetzt gedacht, okay, hey, wie kann ich den Leuten helfen? Da draußen und deshalb habe ich mir folgendes überlegt, wir werfen jetzt einfach mal einen Blick in meinen Videokurs. Ich habe nämlich mit zwei Modelfreunden zusammen einen Videokurs erstellt, in dem wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung euch geben, wie man ein erfolgreiches Model wird. So, das heißt aber nicht, dass du dir einfach nur den Videokurs anschaust und danach denkst, hey, jetzt werde ich ein erfolgreiches Model. Nein, sondern du musst auch das machen, was wir in diesem Videokurs sagen. Es ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von Modelbewerbungen, von Fotografen überzeugen, über Modelagenturen, über Auslandsverträge, alles Mögliche mit dabei. Da sind Checklisten mit dabei, Musterverträge mit dabei. Also wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von Anfang bis Ende, wie du es schaffen kannst, ein erfolgreiches Model zu werden. So, jetzt möchte ich nicht mehr lange drumherum labern, sondern ich würde vorschlagen, wir werfen jetzt mal einen Blick in den Videokurs. So, wenn du dich für unseren Videokurs anmelden möchtest, musst du zunächst erstmal auf unsere Webseite gehen unter fotomodel-werden.net. Dort gelangst du dann auf unsere Startseite. Wenn du möchtest, kannst du dir das Begrüßungsvideo nochmal anschauen. Ansonsten kannst du auch direkt auf den gelben Button klicken auf fotomodel werden. Dann gelangst du auf unsere Verkaufsseite. Dort wird nochmal ganz genau beschrieben, was du überhaupt erhältst für dein Geld. Am Ende des Tages geht es um ein Online-Coaching in Form eines Videokurses und dort erklären wir dir, wie du ein erfolgreiches Model werden kannst. Insgesamt erwarten dich über 150 Videos als auch ein sehr ausführliches Model-Wiki. Es geht am Ende des Tages um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir zeigt, wie du ein erfolgreiches Model werden kannst. Egal, ob aus dem Bereich Fashion oder in einem Werbebereich oder im Sportbereich. Zudem gibt es auch noch verschiedene Bonus-Module. Diese Bonus-Module sind extrem wichtig, wenn du wirklich langfristig als Model arbeiten möchtest. Dort gibt es diverse Vermarktungsstrategien und Insider-Tipps von uns. Der Kurs ist wirklich der ausführlichste Videokurs, den es gerade aktuell auf dem Markt gibt. Und wir haben insgesamt neun Module, auf die wir später dann nochmal ausführlich eingehen werden. Zusätzlich zu den neuen Modulen gibt es noch zwei Bonus-Module. Auf die werden wir später auch nochmal ganz in Ruhe eingehen. Wenn du einen Gutscheincode hast, kannst du den an dieser Stelle hier eingeben und dann erhältst du einen Rabatt auf den Videokurs. Du hast auch die Möglichkeit, zwischen einer Einmalzahlung zu wählen und einer Ratenzahlung über vier Monate. Und du hast natürlich die Möglichkeit, auch mit allen gängigen Zahlungsmitteln den Videokurs zu bezahlen. So, wenn du dann den Videokurs erworben hast und dir einen Platz gesichert hast in unserem Kurs, bekommst du per E-Mail deine Zugangsdaten zugeschickt. Und dann kannst du dich mit deinen Zugangsdaten unter kurs.fotomodel-werden.net einloggen. Ich bin jetzt schon eingeloggt und jetzt sind wir direkt schon im Mitgliederbereich. Hier wird dir nochmal ganz genau erklärt, wie du am besten vorgehen sollst. Die Videos solltest du wirklich ganz entspannt nacheinander anschauen, da diese aufeinander aufbauen. Und das ist natürlich extrem wichtig, dass du Step by Step das Ganze machst. Die Videos solltest du dir auch vollständig von Anfang bis Ende anschauen, damit du keine Informationen verpasst. Und natürlich auch alle Downloads herunterladen und die Schritt für Schritt abarbeiten. Hier haben wir jetzt noch verschiedene Bereiche. Zum einen Empfehlungen, einige Produkte, die wir dir als Model ans Herz legen können, die du zum Beispiel brauchst, wie zum Beispiel ein Portable Charger etc. Und dann gibt es noch ein FAQ. Falls du irgendwelche Fragen hast, kannst du da schon mal einen Blick drauf werfen. Hier haben wir unsere geschlossene Facebook-Gruppe als auch unseren Download-Bereich. Weiter unten hast du auch noch die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, falls du Fragen hast oder Infos benötigst oder Hilfe und Support brauchst. So, jetzt würde ich vorschlagen, werfen wir nochmal direkt einen Blick in das erste Modul. Wie du siehst, wir haben unterschiedliche Module. Es gibt insgesamt neun Module von Modul 1 Modeln bis zum Modul 9 Ausland und das Bonus-Modul. Die Module sind so aufgebaut, dass es verschiedene Lektionen pro Modul gibt. Modul 1 hat zum Beispiel jetzt, wie du sehen kannst, sieben Lektionen. Und wenn wir zum Beispiel mal einfach in die Lektion 1 von Modul 1 klicken, wirst du auch sehen, dass Lektion 1 von Modul 1 verschiedene und unterschiedliche Videos hat. In diesem Fall gibt es drei verschiedene Videos. Dann kannst du auf Befühlen zur nächsten Lektion klicken und schon gelangst du im Modul 1 zu Lektion Nummer 2. Also eigentlich relativ easy zu handhaben. Und so kannst du dann Step by Step deine Lektion abarbeiten und das eigentlich relativ easy zu handeln und zu handhaben. Ja, und jetzt werfen wir einfach mal einen Blick in die Bewerbung rein. Bewerbung ist ein ganz interessantes Thema, wo es immer sehr, sehr viele Fragen zu gibt. Und dort haben wir fünf verschiedene Lektionen. Und ich würde vorschlagen, werfen wir doch mal einfach einen Blick in Lektion Nummer 2. Ja, was nehmen wir? Nehmen wir doch einfach mal Lektion Nummer 2. Hol das und messen. Das ist, glaube ich, auch eines der wichtigsten Sachen, wenn du startest als Model. Genau, hier haben wir auch wieder verschiedene Videos. Ist klar. Und da sehen wir auch schon rechts an der Seite einige Download-Bereiche. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Also hier im rechten Bereich ist nochmal eine kurze Videobeschreibung. Die gibt es bei jedem Video mit dazu, damit man weiß, okay, worum geht es in dem Video. Und man weiß auch ganz genau, wie lang das Video eigentlich ist. Und dann sieht man hier schon bei Video Nummer 2, das auf der rechten Seite zusätzlich zu den Video-Informationen auch ein Download dazu gibt. Also verschiedene Videos haben dementsprechend auch verschiedene Downloads. Und wenn du da drauf klickst, hier zum Beispiel eine Checkliste, die du abarbeiten solltest, damit du weißt, okay, mache ich auch gerade alles richtig oder nicht. Ja, und Modul Nummer 3 ist die Model-Mappe. Dort geht es hauptsächlich mit dem Model-Buch. Modul Nummer 4, Casting. Ja, als Model hast du viele Castings. Das solltest du auf jeden Fall ganz genau wissen. Und natürlich das Thema Model-Agenturen. Und jetzt gehen wir die Module einfach mal step by step durch. Modul Nummer 6 ist das Gewerbe. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, weil viele Models vergessen das oder haben das gar nicht im Hinterkopf. Denn das ist echt enorm wichtig. Hier erklären wir nochmal Schritt für Schritt, welche Rechtsform du als Model brauchst, wie du dein Gewerbe als Model anmeldest und wie du den Fragebogen am Finanzamt ausfüllst. Also wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit du auch ganz genau weißt, okay, wie gehe ich hier vor, wie schreibe ich Rechnungen etc. Das vergessen die Models oder das vergessen die meisten Leute am Anfang, am Start ihrer Karriere. Modul Nummer 7 geht es um Jobs. Es gibt ja verschiedene Jobs, ob du kannst als Fotomodel arbeiten, als Werbemodel arbeiten, auf Messen arbeiten, in Showroom arbeiten, in Werbespots arbeiten, in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen kannst du als Model arbeiten. Und das erklären wir diesem Kapitel Nummer 7. Im Modul Nummer 8 geht es um Beauty und Fitness. Da haben wir die Katha mit dabei. Sie ist nicht nur ein Sportmodel, sondern auch Ernährungswissenschaftlerin. Also die hat richtig Ahnung, wenn es um das Thema Ernährung geht. Und die erklärt dann euch so ein bisschen, wenn es um das Thema Essen geht, wie man sich am besten ernähren kann und gibt auch einige Fitness-Tipps. Im Modul Nummer 9 haben wir unseren Auslandsexperten Daniel mit dabei. Mein Model-Kollege, der schon echt viel Zeit im Ausland verbracht hat als Model. Und er gibt euch so einen Einblick, wie man sich im Ausland behalten sollte, wo man darauf achten sollte. Das ist echt extrem wichtig, wenn du als Model im Ausland arbeiten möchtest. Und da hat Daniel echt schon sehr, sehr viel Erfahrung. So, und unser Bonus-Modul ist ein echt cooles Modul. Da muss ich sagen, da kriegt man echt nur Informationen, wenn du schon wirklich lange in der Model-Szene aktiv bist und arbeitest. Und die Insider-Informationen geben wir dir hier in unserem Bonus-Modul. Unter anderem auch eine Vermarktungsstrategie. Wie kannst du dich am besten als Model vermarkten oder auch mit Bookern umgehen und geben dir behind the scenes einige Eindrücke. Einfach Insider-Wissen, das du sonst nirgendwo erhältst. Und falls du als Model eine eigene Webseite erstellen möchtest, erklären wir dir hier ganz genau, was du auf deine Webseite drauf machen sollst, wie du da vorgehst. Und ein Programmierer erklärt Step by Step, wie du dir deine eigene Model-Website bauen kannst. Also wie ihr vielleicht merkt, der Videokurs ist wirklich sehr, sehr ausführlich. Wir gehen ausführlich ins Detail und haben wirklich nichts vergessen. Also wenn du den Traum hast, ein erfolgreiches Model zu werden, dann solltest du dir auf jeden Fall einen Platz in unserem Videokurs sichern und den Videokurs Schritt für Schritt absolvieren. Und dann hast du auf jeden Fall die besten Chancen, auch ein erfolgreiches Model zu werden. So Leute, und wenn ich jetzt an eurer Stelle wäre, dann würde ich diesen Videokurs absolvieren und genau das machen, was wir in diesem Videokurs sagen. Denn wir haben alle echt viel Erfahrung gesammelt als Model und deshalb kann ich euch nur mit auf den Weg geben, macht nicht die Fehler, die wir auch gemacht haben, sondern profitiert aus unseren Fehlern und lasst euch helfen von uns. Denn ich glaube, so habt ihr die schnellste Möglichkeit und somit könnt ihr auch den besten Weg einschlagen, um wirklich erfolgreich als Model zu arbeiten. So, und für alle, die wirklich, wirklich, wirklich Model werden möchten, für diejenigen, habe ich jetzt eine ganz besondere Überraschung. Denn ich packe jetzt hier in die Description unten rein einen 50%igen Code, 50%igen Gutscheincode für meinen Videokurs Model werden. Ich habe mir nämlich gedacht, wie kann ich euch am besten helfen. Ich kann nicht auf alle Fragen antworten und deshalb gebe ich jetzt allen Leuten, die wirklich diesen Videokurs absolvieren möchten, die Möglichkeit, diesen Videokurs für 50% weniger zu erwerben. Also, der Code ist hier in der Videodescription. Einfach diesen Code nehmen, bei der Bezahlung mit angeben und ihr bekommt den Videokurs 50% günstiger. So, und falls ihr den Videokurs dann gemacht habt und immer noch eine Frage habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben, dann versuche ich die Frage natürlich zu beantworten. und, ja, ich wünsche euch allen, ja, da draußen, egal wie alt ihr seid, egal Mann oder Frau, wenn ihr wirklich den Traum habt, ja, Model zu werden, drücke ich euch allen fest die Daumen, ja, befolgt unsere Tipps und unsere Ratschläge und, ja, ich wünsche euch einfach allen nur das Beste und falls euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Bis dahin, macht's gut. Adios, amigos.